Ich glaube, das beste Beispiel ist, dass ich sehr viel natürlich soziale Medien oder Telefonkonferenzen nutze, einfach für die Organisation von Fridays for Future und das ja teilweise auch international. Und wenn man sich da überlegt, was da für Emissionen ausgeschlossen werden würden, wenn ich zu allen Treffen hinfliegen würde, sind das schon enorme Einsparungen.